Letztlich sprach ich mit einem Kandidaten, der leider eine Absage erhalten hat. Er war sichtlich verstört, denn er hatte bereits mehrere Interviews hinter sich beim gleichen Unternehmen und hatte sich so gedanklich schon in einen Job reinversetzt. Und mit der Absage konnte er tatsächlich kaum umgehen. Heute möchte ich nochmals kurz auf das Thema Absagen und auch Identifikation mit dem Job eingehen. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Handel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und dieser Podcast richtet sich in erster Linie an Fach- und Führungskräfte, die mehr wollen als nur einen Job zum Geld verdienen. Mehr dazu auch unter berufspodcast.com und natürlich auch gerne auf berufungszentrum.com. Absagen gehören aus meiner Sicht wie auch Zusagen genau zum Rekrutierungsprozess. Das gehört einfach dazu. Also das heißt, man muss eigentlich schon bei der Bewerbung im Prinzip auch mit einer Absage rechnen können. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber aus meiner Sicht ist das so. Natürlich erhofft man sich, dass man eine Zusage erhält. Also zumindest zu einem nächsten Jobinterview oder vielleicht dann letztlich auch zu einem Job. Und die Frage ist dann, wie gehe ich mit so einer Absage um? Aus meiner Sicht einfach sportlich. Das heißt, oftmals ist es auch so, dass es gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Man hat, stelle sich die Situation vor, man hat wirklich sehr, vielleicht eine Auswahl an sehr guten Kandidaten am Schluss, Kandidatinnen natürlich, und muss dann eine Entscheidung fällen. Und dann fällt die Entscheidung und dann einer oder vielleicht auch mehrere, ja, die haben dann praktisch nicht das große Glück gezogen. Vielleicht, wenn es das überhaupt ist. Das heißt, man muss das oft gar nicht auch persönlich nehmen. Und gleichzeitig empfehle ich mich, also empfehle ich immer, sich voll zu engagieren. Also alles das Beste zu geben. Ich glaube, es wichtig ist trotzdem, trotz allem, dass man jetzt auch mit einer, wie ich es ja schon gesagt habe, mit einer Absage rechnen muss, trotzdem volles Engagement. Das heißt, beste Vorbereitung. Das heißt, wirklich auch zu schauen, was macht das Unternehmen überhaupt aus? Was wird darüber geschrieben? Wie präsentieren die sich? Was weiss ich über den Job bereits? Was weiss ich noch nicht? Welche Fragen soll ich stellen? Also wirklich eine volle, also wirklich Identifikation sage ich eben nicht, sondern wirklich ein volles Engagement und ein grosses Engagement, um das Beste zu geben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das Thema Identifikation, das heißt, man identifiziert sich dann schon bereits mit dem Unternehmen und auch mit der Stelle, ist ganz gefährlich. Das finde ich extrem gefährlich, wenn man sich identifiziert. Das heißt, man nimmt quasi diese Person ein. Also man versetzt sich sozusagen in dieses Unternehmen, in die Position auch, und ist quasi schon dabei und fühlt sich als solche. Und bekommt dann, wenn man halt eben eine Absage erhält, hat man dann wirklich ein recht schlechtes Gefühl. Und das sollte nicht sein, weil es ist ein Spiel, es ist ein Bewerbungsprozess, wo es Gewinner und unter Anführungszeichen zweite Gewinner oder eben Verlierer eben auch gibt. Aber das muss man gar nicht so sehen, sondern es ist einfach, hat halt nicht gepasst und fertig. Also ich finde es wichtig ist, das sportlich zu sehen. Ich finde wichtig, dass man sich engagiert, voll und ganz für den Job und auch für die mögliche Integration in den Job, absolut. Aber wenn man denn eine Absage bekommt, sollte man das auf jeden Fall nicht persönlich nehmen. Und ich empfehle auch immer nachzufragen. Also ich gebe immer auch hier von meiner Seite auch eine ehrliche Antwort. Und tatsächlich ist es auch wirklich oft so, dass man einfach eine Auswahl treffen muss. Und dann fällt das halt auf den anderen, weil vielleicht eine Kleinigkeit besser ist, aber die man jetzt vielleicht anders einschätzt, aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht muss man wirklich, dann zielt am Schluss sogar das los. Auch das gibt es zum Teil. Und wenn wirklich etwas vielleicht falsch war oder vielleicht nicht günstig war oder vielleicht nicht gepasst hat oder nicht überzeugend war, dann sollte man das wirklich rausfinden. Und wenn man auch mit der Antwort vielleicht auch nicht so zufrieden ist, die man bekommt vom Unternehmen oder vom Interviewer, dann bitte einfach nachfragen. Also wirklich in die Tiefe gehen, nachfragen, an was es gelegen ist und was man vielleicht auch besser machen kann auch das nächste Mal. Ich finde auch immer gut, wenn man das Eigenbild auch mit dem Fremdbild auch abgleicht. Weil oftmals hat man den Eindruck, dass man alles sehr gut gemacht hat, aber vielleicht ist auch gut nicht gut genug. Das gibt es natürlich genauso. Also die Absage, das finde ich einfach nochmal hier wichtig an der Stelle zu sagen, die Absage bitte sportlich nehmen und nicht persönlich. Ich denke, das ist wirklich, wirklich wichtig. Gerade in der jetzigen Zeit auch, wo es vielleicht auch gar nicht so leicht ist, einen Job zu bekommen, dann trotzdem alles reinzugeben, sich gut zu überlegen, auf welche Stelle bewerbe ich mich wirklich, passe ich überhaupt dazu, bringe ich überhaupt alles mit, was bringe ich mit, sich eben volles Engagement oder volles Engagement zu zeigen, alles zu geben, aber eben auch die Absage sportlich zu nehmen. Das wäre hier an der Stelle mein Tipp. Ja, die Frage ist natürlich wieder, was meinst du dazu? Was hast du für spannende Rückmeldung? Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich von dir was höre. In diesem Sinne, bis bald, dein Christoph.